Norddeutscher Rundfunk Daniel! Daniel! Hast du unsere Jungs gesehen? Keine Ahnung! Was für Sie? No, das war's nicht. Es war's nicht, es ging nicht. Das ist so, dass Sie nicht mit Fremden sehen können. Sie wurden angekommen. Sie wurden angewendet, dass es nicht so ist, dass Sie nicht mehr spielen wollen. Das ist dein Leben. Du bist doch mal sehr großzügig, junger Freund! Minimalfloß! Aber hat wieder was faul gewesen, das ist alles! Vielen Dank! Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.